ich habe keine ahnung was ich hier gerade mache ich habe keine ahnung wie ich auf dieses video gekommen bin aber ich habe eine ahnung dass ich die cam hier ein bisschen gerade stellen will ja so ist es besser oder hoffentlich und ich wollte das ursprünglich auch nicht machen nicht dass mir hinterher unterstellen was machst du über den sogenannten tanzverbot ein react selbst der hat ja schon fort gespielt ich habe das noch nie angeschaut dass das allererste mal wieder einmal schaue ich mir das video über youtube an deswegen wundert euch nicht und ich bin gespannt ich bin gespannt wie er sich zeigt wer spiel will ich glaube das ist schon mega alt das ist update 1.11.0 und ich bin generell grundsätzlich tanzverbot ist auf jeden fall eine witzige person kein hate an tanzverbot falls du eingeschaltet hast wie es geht auch an dich raus und bitte nehmt das video mit tumor wir schauen uns das auf jeden fall mal zusammen an hä wieso bin ich level 1 wird man geht man jedes season neu rein oder was erstmal die besten liste angucken okay ja sieht gut aus gut ich raff mal so gar nichts davon jemand in den shop in den gegenstand shop das spiel sieht einfach voll komisch aus wie gesagt leute regt euch nicht auf ich bin jetzt ein zwei runden damit ach ich habe keinen bock das zu ändern ich mache jetzt ein zwei runden je nachdem wie gut ich bin aber ich weiß halt ich komme halt so mit diesen treppen bauen und diesen ganzen zeug überhaupt nicht klar ja das ist gewohnheitssache da war ja keiner von uns direkt am anfang ein pro oder habe ich eigentlich eine frau wer will mich jetzt hier provozieren also nichts gegen frauen aber warum holt ihr den battle pass tanzi was für ein battle pass warum er checkt gar nichts er checkt gar nicht blickt gar nicht durch glaube ich habe ich das gefühl hau rein neptun wenn die keule schütteln der fall war krass wie das spiel damals aussah na wenn ich so schaue das sieht ja schon ein bisschen anders aus ja da war das game noch neu deswegen so gut wie weil season 2 was was hat man dafür updates gehabt ich bitte euch ich selbst habe das ja nicht mal bei season 2 gespielt ihr könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben ab welcher season ihr eigentlich vorbeizt spielt guck mal keine ahnung wo ich da jetzt runter soll finde ich voll geil guckt euch hört wie geil das bitte in der season 2 war damals und die musik ist schillig alter wie viele runter springen übertrieben geil alter ist das geil kann man mit zocken und es ist eine neue season kein bock mit zu spielen dass jemand mitspielt ich muss erstmal gucken hier also hier kommt man scheinbar schon mal schneller runter das ist schon mal nice ich glaube ich bin genau mitten im nirgendwo gelandet und da ist noch jemand spielt ben den charakter ben uncle ben den aporet immer so ja ich glaube da weiß er noch nicht wie man so droppt und deswegen auch seine waffe nicht direkt bekommen wird man man geht doch mal runter okay so agressionsprobleme stehen läuft bei ihm wirkt euch mal an wie die items aussahen damals wo er ist gar er findet erst mal er findet erst mal direkt ist gar wenn du droppst und regnet gar findest da kannst du lucky boy sein aber eben ich glaube er realisiert das gerade nicht dass er das gar gefunden hat eine richtig geile waffe und er nimmt auch nicht sein trank aber ich glaube das ist das erste mal seine erste runde wo doch ich schieße okay alter ist das geil ich raff das game gar nicht kann sie die letzte donation wurde nicht angezeigt okay eigentlich ist das unüblich aber danke danke schön für die spende ja unser google translator das wirklich nicht übel ich raff das game nicht überhaupt nicht er spielt eigentlich voll gut für den anfang man hat gerade den gegner ganz gut getötet eigentlich kann gut voll gut am eigentlich 70er schaden eigentlich kann er voll gut spielen wenn ihr schaut aber ich finde der stand öffnen muss er drücken wieso nimmt er die tränke nicht was ist das wieso nimmt er die tränke nicht das macht man doch egal wie neu man ist das macht man probiert das doch aus da steht doch schildtrank wieso nimmt man das nicht also eigentlich ist es so ein bisschen basic für ein gamer das zu wissen also finde ich jetzt ihr könnt mir aber gerne in die kommentare schreiben ob man das wissen muss oder nicht findet jetzt man muss ja macht spaß aber ich finde was ich was ich bei dem game sagen muss diese diese treffer hochsteigen dass das das pust unheimlich muss ich sagen was ist das hier ist diese wieso haut er sich an kopf wenn er stirbt warum macht er das man ist man kann ja ruhig ausfassen nimm die tränke ah jetzt kommt das mit den getränken noch nie das gar nicht ich weiß was eine scar light ist ich habe das gar nicht gespielt da bin ich jetzt auch nicht ach so da passiert nicht oh mein gott guckt euch mal guckt euch mal bitte ich habe jetzt gerade pause gedrückt guckt euch mal bitte die ganzen skins an wie übertrieben geil die skins damals waren das ist nicht normal übel geil die geilsten skins hatten die damals wirklich jetzt an die die rausgenommen überhaupt die könnten mal echt ehrlich ich weiß nicht wie es euch so geht aber manchmal wünsche ich mir einfach echt wirklich die skins aus season 2 weil die waren einfach übelst geil die sahen einfach alle geil aus habe ich das gefühl ja gleich mal aufladen hier oder so weit kommst du die kacke hey im juckt das juckt das null wirklich das witzigste ist das für ein dreck wieso habe ich keine freunde das witzigste ist sorry wenn ich gerade wieder unterbreche das witzigste ist ich habe damals als ich diese tanz diese diese ganzen tanz verbot passt eigentlich voll dazu als ich die ganzen tänze gesehen habe habe ich immer mit getanzt ich weiß ja nicht wie es euch so geht aber ich habe das gemacht ich weiß ja nicht ich könnte mal gerne in die kommentare schauen ob ihr das auch gemacht hat also den tanz zum beispiel standard tanz habe ich immer versucht so mitzumachen also dann immer so geil eigentlich finde ich das voll witzig haben die voll gut hinbekommen also die entwickler ich glaube echt der hat gar keine ahnung jetzt glaube ich das erste mal eingeloggt hier was ist das für ein spiel ja man fast level 2 du musst einfach csgo zocken niemals er nimmt das spiel aber auch nicht ernst man sieht das was ist das jetzt hier für ein dreck aber ich muss halt ein paar formels gibt mir ja mega auf den sack also das sieht wirklich laggy aus irgendwie so als ob hier fausing an wäre finde ich so witzig ich werde besser ich glaube das ist jetzt seine zweite runde wenn das wenn das wirklich der fall ist ist seine zweite also was ich sagen muss diese treffer diese aufzeigenden treffer zahlen die sind halt mega geil feier ich dass es dass es so über übergreifend ist feier ich insofern dass man dann halt auch mit konsoleros zusammenspielen kann ja jetzt habe ich 144 hertz und nice ja bin ich mal gespannt wer jetzt spielt jetzt ist jetzt hat das noch hat er kein kommentar gegeben zu seinem neuen skin hast du geld ausgegeben auf spaß hast du auch gut wieso hast du jetzt hat er glaube ich die donation ignoriert ausmachen kann ich meine fps anzeigen lassen das war auch eines der ersten fragen die ich mir gestellt habe wie kann ich mir meine fps einstellen das sind so dinge die macht irgendwie jeder durch die kann ich meinen fps anzeigen lassen bildfrequenz anzeigen lassen so war das ich habe es angemacht die können mal echt den sound ändern das denke ich zumindest ich habe es ist an warte mal noch bis zum nächsten tod und dann kennt sich das wo sehe ich meine bildfried erholfrequenz bis er das nächste mal stirbt wahrscheinlich wird er richtig böse wieder sterben wirklich keine bildwiederholfrequenz obwohl ich es eingestellt habe ja das game ist buggy geht ja ich glaube das geht immer noch nicht mit der bildfrequenz es geht einfach ist erst im nächsten match also da dass die das teilweise nicht gar wie kann man den runter schneller schlägt er sich gleich wieder ich könnte das nicht machen ich könnte mich nicht selber schlagen wenn ich nicht match verlieren also dieses langsame runterkommen macht mich mega aggressiv aber er kann es gut achten kann springen der volva weil die eigentlich ist die waffe von die waffe ist voll unterbewertet voll schade eigentlich eigentlich hat der volva viel mehr hört sich doof an aber wie mehr anerkennung verdient also finde ich jetzt nimmt er jetzt den trank oh ein wunders geschehen hat die trank genommen wo ist sein gegner ich wenn er diese runde gewinnen rastig aus wie geil fortnite früher waren guck mal wie geil fortnite früher war als das noch so nicht wie jetzt guckt euch mal fortnite jetzt an und guckt euch mal fortnite früher an das ist einfach das sind solche welten finde ich aber auch immer wieder diesen standard wald sound finde ich immer wieder dieses selbe immer wieder dieses das hatten so glaube ich schon in der sie gehabt oder oder in irgendeinem anderen spiel hatten sie auch schon ich muss echt zugeben ich fand das viel geiler damals wirklich jetzt ihr könnt mir auch noch mal gerne in die kommentare schreiben wie ihr das so früher gefunden habt ja wie machen die denn das ich hab gar nicht aber wenigstens versucht er es zu verstehen ans verbot ist schon ein ich glaube wenn er spiel so gespielt würde wäre so wäre er richtig gut glaube ich stellt euch mal vor das verbot in der esl pro league kann man hier alles abbauen geil ich glaube ja den fehler machen auch viele also anfänger dass sie halt nicht die kreise hauen also die blauen felder hauen und sondern einfach das leere die leere fläche das ist nicht so nach plan was ich hier gerade tue wie gesagt leute ich spiele es kaum das spiel also nimmt mir das nicht übel wenn ich hier noch weniger plan habe als den dings ich spiele mal vor hier war ich ja schon er spielt das wie call of duty oder battlefield gerade da hinten da merkt man auch wie viele noobs eigentlich im spiel sind ne das ist auch so ein kleiner schwäzer der typ oder oh jetzt ist er tot ich raff das spiel nicht man warum war denn nirgendwo heilzeug das ist so typisch stand verbot naja wie dem auch sei vielen dank dass ihr ein bisschen geschaut habt das wollte ich ehrlich gesagt durch teilen ich finde das echt witzig ich finde das wirklich witzig ist kein spaß lassen wir mal recht gerne eure meinung da wie ihr das allererste mal fort gespielt habt weil er ist echt ist echt eine person der etwas anders ist sage ich mal und deswegen auch hier als titel thema video thema dran gekommen ist wenn ihr wollt dass ich auch noch auf andere reaktor schreibt es wirklich gerne in die kommentare würde mich auch hier freuen und sage bis dahin ciao peace 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 warte double peace double peace